Hey, ich bin von ÖAMDC. Darf ich dich abschleppen? Das wäre ja super. Kennst du dich hier aus? Ich suche den Weg zu deinem Herzen. Ich suche gerade ein Wort, was sich auf Stricken reimt. Was sich auf Stricken reimt. Ficken. Nein, warte, lass mich mehr überlegen. Stricken. Kennst du dich hier aus? Ich suche den Weg zu deinem Herzen. Kannst du mir den zeigen? Ein Wort, was sich auf Stricken reimt. Kennst du eines? Ficken. Ich wollte dich was fragen. Du bist so heiß, da würden die Gletscher schmelzen. Danke. Die würden überall schmelzen. Du auch. Danke. Glaubst du an Liebe in den ersten Blick oder muss ich nochmal vorbeilaufen? Nein. Darf ich dein Romeo sein? Nein. Ich bin eine Königin. Ich brauche einen König. Ich bin kein Romeo. Hey, tolle Brüste. Sind die echt? Hallo. Kann ich deine Nummer haben? Dann kann ich dich besser stalken. Nein, lieber nicht. Danke. Warum nicht? Ich brauche keinen Stalker. Ich hatte schon einen. Danke. Schade. Ja, finde ich auch. Sind deine Eltern Architekten? Nein. Sind deine Eltern Architekten? Ich will sie mitnehmen. Hey, du hast Glück. Ich bin wieder Single. Nein, nur German. Nur German. Ich bin wieder Single. Super für dich. Ich habe ein Problem. Ich habe meine Telefonnummer verloren. Kann ich deine haben? Ja, ich meine nicht. Du kennst mich. Sind deine Eltern Terroristen? Du siehst nämlich Bombe aus. Du siehst nämlich Bombe aus. Ich habe eine Frage. Ich hoffe, du hast eine gute Versicherung. Du hast mir gerade eine Beule in die Hose gemacht. Okay. Hast du eine gute Versicherung? Ja. Ich habe eine Beule in der Hose. Das deckt meine Versicherung ab. Frage. Kann ich deine Nummer haben? Hängt davon ab. Ich würde dich gerne stalken. Du würdest mich gerne stalken? Ja. Was ist dein Anliegen des Stalkens? Naja, weil du bist sehr attraktiv. Okay. Ich würde dich gerne fragen wegen der Nummer. Ja, das muss ich erst einmal schauen. Was kannst du mir bieten? Ich kann dir einiges bieten. Was verstehst du von Kunst? Das müsstest du mir beibringen. Das müsste ich dir beibringen? Ja, genau. Na, was für einen Spaß macht es mit mich einen Stalker zu haben, der sich nicht einmal in Kunst auskennt? Das muss man alles lernen. Jetzt sind auch Stalker da, die alles lernen wollen. Aha. Weißt du was? Ja, aber wie aufdringlich bist du im Endeffekt? Sehr aufdringlich. Sehr aufdringlich? Na, da habe ich Angst. Ja, so aufdringlich. So extrem aufdringlich bin ich auch nicht. Naja, aber jetzt hast du es schon zugegeben. Was mache ich dann? Ja, aufdringlich. Das würde mich auch für dich interessieren. Ja, auf welche Art und Weise? Das würde ich dir auch zeigen. Ja, und was habe ich davon? Sehr viel Spaß. Schau, mach mal so. Ich gebe dir mal das, melde dich da mal und komm vorbei. Das passt. Passt, passt. Hallo, mein Name ist Romeo. Möchtest du meine Julia sein? Sorry, I don't speak. I'm your Romeo. You want to be my Julia? No. That's incredible. You can be my Julia. No, we gotta go. Sorry. Welche Schnitte brauchst du eine Füllung? Welche Schnitte braucht eine Füllung? Ich bin betrunken. Welche Schnitte brauchst du eine Füllung? Welche Schnitte brauchst du eine Füllung? Was für Schnitte? Hey, willst du mich heiraten? Nein. Bist du eine Zigarette? Ich rauche nicht. Ich lasse rauchen. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Hallo. Ich wollte dich was fragen. Du bist so heiß, da würden die Gletscher schmelzen. Na, Mann. Ja, wirklich. Du bist total heiß, da würde jeder Gletscher schmelzen. Okay. Sag's dir dazu. Das ist bitter für einen Gletscher. Na, hier. Wenn ihr am Gletscher steht, da schmelzen alle Gletscher. Das ist süß. Das ist süß. Wollen wir gemeinsam Frühstück? Nein. Nichts? Nein. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Hallo. Hallo. Ich habe heute Nacht meinen Schlüssel verloren. Kann ich heute mit dir übernachten? Ja. Du hast Glück. Ich bin mir wieder Silke. Sehr gut. Sehr schön. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Na, danke. Ich bin von ÖAMDC und würde dich gerne abschleppen. Ja, cool, oder? Ja, ich bin von ÖAMDC extra da herkommen und würde dich nur gerne abschleppen. Dann reparierst du mich gleich, oder? Ja, sofort abschleppen. Geht das? Nicht so. Nicht so. Nicht so. Ich will dich nicht stören oder irgendwie angreifen. Komm nicht. Ich würde mir gerne deine Freundin für eine Stunde ausbauen. Hahahaha. Darf ich das? Nein. Darf ich nicht? Aber keiner. Hey, kaufst du mir einen Elefanten? Elefanten? Ja, kaufst du mir einen Elefanten. Nein, sorry. Na komm. Hallo Schiete, brauchst du eine Füllung? Nein, tut mir lau. Komm her, komm her. Nein. Hey, du hast Glück. Ich bin wieder Silke. Ja, sehr cool. Hey, willst du mich heiraten? Nein. Dann fällt es nicht. Wollen wir gemeinsam frühstücken? Nein, danke. Nein. Wieso hältst du mir ein Mikrofon? Das ist kein Problem. Hey, tolle Brüste, sind die echt? Danke. Sind die echt? Ja? Bei dir das gleiche. Hallo, darf ich dein Romeo sein? Nein. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Ja. Kennst du dich hier aus? Ja. Ich such gerade den Weg zu deinem Herzen. Schön. Wollen wir gemeinsam frühstücken? Danke.